Another fleet of Nazi bombers has failed the Reich of Moscow. Heil Hitler! Söder will Moskau mit Taurus-Raketen angreifen, ist er auf den Spuren von Adolf, Södolf auf den Spuren von Adolf und ist der deutsche Angriff auf Russland, der jetzt diskutiert und geplant wurde, irgendwie vergleichbar mit dem, was 1941 gemacht wurde? Darüber diskutiere ich heute mit Andre Pockenwolf. Ja, wir haben eine Menge Kriegshetzer und Kriegshexen in den letzten Wochen hier in der Sendung porträtiert. Frau Flack-Zimmermann zum Beispiel oder auch den Herrn Kiesewetter, Friedrich Merz, alle wollen Taurus, alle wollen Russland angreifen und die Generäle planen schon insgeheim, die Sache wurde abgehört und ist rausgekommen. Aber jetzt meldet sich auch der zurück, der ja eigentlich in seinem eigenen Plan noch gerne Kanzler werden würde und Friedrich Merz ausstechen und er hat eine besonders aggressive Sprache gefunden. Taurus, das hier produziert wird, ist die abschreckendste Waffe für Verteidigungsfähigkeit, die es in Deutschland gibt. Diese Waffe muss zum Einsatz kommen. Wir haben eine moralische und eine eigene Interesseverpflichtung der Ukraine zu helfen. Es ist unverständlich, warum die Hilfe für die Ukraine, die Lieferung von Taurus, an einem einzigen Mann in Deutschland scheidet. Ja, André. Ja, also ich habe fast den Eindruck, Herr Söder, Herr Södolf, der möchte nicht Bundeskanzler werden, der möchte, wenn schon, Reichskanzler werden. Also hört sich das im Moment alles an. Und er hat ja auch gerade gesagt, wir haben es im Video gesehen, wir haben eine moralische Verpflichtung, die haben wir wirklich, aber ganz anders als er es darstellt. Wir haben die moralische Verpflichtung, in die Geschichte zu schauen, das nie wieder, auch in dem ursprünglichsten Sinne zu leben und dafür zu sorgen, dass sich das deutsche Volk nie wieder sinnlos gegen Russland aufhetzen lässt. Und genau das wird jetzt gemacht. Leute wie Söder und seine ganzen Kumbanen haben aus der Geschichte eben nichts gelernt. Also ich finde auch sehr markig seinen Satz jetzt im Ausschnitt, diese Waffe muss zum Einsatz kommen. Ja, ganz genau. Also früher hat man gesagt, ja, Abschreckung und Verteidigung. Das heißt, es zum Einsatz kommen. Und natürlich Tauersysteme haben eine Reichweite von über 500 Kilometern und können Moskau erreichen. Geht ins russische Herz, genau. Und der CDU-Politiker Kiesewetter, den wir schon mehrfach im Ausschnitt hatten in der Sendung, der sagt ja auch, wir müssen die Ministerien angreifen. Ministerien sind in Moskau eine Acht-Millionen-Stadt. Ja. Ja. Wir hören noch weiter rein in unseren bayerischen Kriegshexer. Genau, ja. Es ist auch notwendig, denn ohne diese Waffe gibt es keine Verschnaufpause, gibt es möglicherweise, bis die Munitionslieferungen kommen, keine Chance für die Ukraine, sich gegen den Ansturm zu erwehren. Und deswegen sind wir nicht Kriegspartei damit, sondern ganz im Gegenteil. Wir liefern seit längerer Zeit Waffen in großem Ausmaß. Wir sind nach den Vereinigten Staaten von Amerika der zweitgrößte Waffenlieferant. Deswegen kann man nicht argumentieren, wir würden damit Kriegspartei. Das finde ich der Clou. Er sagt, wir sind keine Kriegspartei, wir liefern Waffen. Ständig, die ganze Zeit schon. Ja. Also entweder er ist völlig bekloppt und begreift den Widerspruch intellektuell nicht, oder er sagt damit, wir werden damit keine Kriegspartei. Wir sind es ja schon. Genau. Also vollkommen richtig. Könnte man daraus schließen, er weiß im Grunde sicherlich innerlich auch, wir sind lange Kriegspartei. Und ich persönlich kann nur sagen, mit all dem, was wir hier machen, wenn also ein Konflikt zwischen zwei Parteien auftritt und man der einen Partei mit Waffen, mit Geld, mit Ausbildung hilft, ist man Kriegspartei. Wir können doch froh sein, dass Putin wirklich so clever und so bedacht ist und sagt, das ist eine Spezialoperation, das ist kein Krieg, sondern sonst wären wir nämlich schon Kriegspartei mit allem, was dann folgt. Und das ging immer nicht gut aus für uns. Wir haben noch einen. Deswegen sollte es noch einmal eine Abstimmung im Deutschen Bundestag geben. Eine einfache Frage, so wie es Herr Kubicke formuliert hat, soll Deutschland Taurus liefern, ja oder nein? Ich glaube, es gibt eine ganz große Zustimmung dazu. Ja, das ist jetzt der Trick, der kommt. Noch einmal eine Bundestagsabstimmung. Wir hatten eine Bundestagsabstimmung zur Taurus-Lieferung. Da hat die CDU-CSU einen Antrag eingebracht. Ja, wir liefern diese Marschflugkörper. Das war erst vor 14 Tagen, drei Wochen höchstens. Und da hat die Mehrheit im Hohen Haus nicht zugestimmt, weil der Kanzler Scholz damals gesagt hat, ihr Ampel-Koalitionäre, Grüne und FDP, ihr stimmt gefällig mit mir gegen Taurus. Und dann hat sogar Frau Strack-Zimmermann, Flack-Zimmermann, hat sogar, obwohl sie ja auch für Taurus ist, sich der Koalitionsdisziplin gebeugt. Aber jetzt ist der Kanzler geschwächt. Es ist offensichtlich, dass er sozusagen Last Man Standing ist. Und jetzt wollen die das wieder einbringen. Und dann hofft eben Södolf darauf, dass dann von der Ampel und von den Grünen jedenfalls welche mit ihm stimmen. Das ist sozusagen der Plan. Das war im Grunde, was er jetzt sagte, ist schon fast ein neuer, formloser Antrag. Und man hat das getestet, man hat geschaut, wie weit es geht. Jetzt wird der Kanzler sturmreif geschossen. Und jetzt wird die ganze Sache nochmal neu aufgelegt. Und die Strack-Zimmermann, die hat völlig richtig nochmal so ein wenig Regierungsräson gezeigt. Wollte sich da nicht verstreiten. Hat wahrscheinlich mit geballter Faust auch nicht zugestimmt. Und wird, wenn ich voll der Meinung mitgetan haben, jetzt dem Kanzler auch wirklich Druck zu machen. Und ich glaube nicht, dass der das aushält. Da wird bei einer nächsten Abstimmung hinweggefegt und geht durch. Das heißt, man muss sagen, die Entscheidung zum Krieg ist eigentlich im deutschen Parlament schon so weit gedient, dass man sagen kann, vorwärts. So schlimm wie es ist. Ich wollte auch nochmal auf den vorhergehenden Einspieler von Södolf zurückgehen. Also wie heißt er jetzt? Södolf oder Södolf? Er wird Södolf genannt mittlerweile und fertig aus. Genau. Hat er sich ja verdient. Okay, okay. Das sagt er nämlich, wir müssen die Waffe möglichst schnell liefern, bis die Munition endlich bereitgestellt wird. Die Ukraine hat ja einen Munitionsmangel. Das heißt, er will den Taurus einsetzen sozusagen als, ja, in der Lücke. Nur, dann muss der Taurus schnell eingesetzt werden. Und schnell eingesetzt werden, das kann man auch dem abgehörten Gespräch der Bundeswehroffiziere entnehmen, kann er nur, wenn er von der Bundeswehr wirklich auch bis Abschuss betreut wird. Weil die Ukrainer müssten erst monatelang geschult werden. Das heißt, implizit in seiner Argumentation ist, wir liefern nicht nur, sondern wir schießen das Ding auch selber ab. Und das war ja genau das, was die Bundeswehroffiziere diskutiert haben. Und das ist ja Vorbereitung eines Angriffskrieges. Angriffskrieges und kundgesetzwidrig. Man kann sogar noch eine andere These aufmachen, kann sagen, hinter den Kulissen wird das schon lange eigentlich geplant. Dort wird vielleicht sogar schon ausgebildet, vielleicht werden sogar Ukrainer schon seit Monaten ausgebildet an dieser Waffe, um das selber zu übernehmen. Und das, was man jetzt noch braucht, ist das grüne Licht des Bundestages. Es ist quasi alles vorbereitet. Die Armee steht bereit, die Waffen stehen bereit, die Ukrainer sind vorgefährdet. Man erwartet nur noch, dass der Bundestag jetzt sagt, vorwärts geht's. Eine andere Sache, die man aber auch rausgehört hat bei ihm, war jetzt, dass er natürlich mit der Aussage eingestanden hat, dass es für die Ukraine nicht gut aussieht. Ja, also das muss man wirklich sagen, das kam deutlich zu hören daraus. Er verwies zwar so auf, naja, Mangel an Munition, der noch nachgeliefert wird, aber es ist ja viel mehr als das. Man muss klipp und klar sagen, die Russen haben die Oberhand gewonnen in der Ukraine. Und deswegen wird wahrscheinlich auch die Eskalationsschraube wieder noch einmal angetreten, wie schon so oft. Und sagt uns, die haben dort wirklich Fracksausen mittlerweile. Jetzt soll man mal im zweiten Teil des Gesprächs dazukommen, inwiefern dieser Söder, Södolf, auf den Spuren von Adolf wandelt. Und da habe ich auch einen sehr interessanten Ausschnitt aus einer Interviewsendung. Die hat im Jahr 2016 der auch kompakt bekannte und bei uns schon publizierende Journalist Michael Friedrich Vogt das Interview geführt. Und zwar mit Schirinovsky. Schirinovsky ist der Chef der liberal-demokratischen Partei gewesen, muss man sagen. Der Mann ist vor zwei Jahren gestorben. Die LDPD ist die drittstärkste Partei in Russland bei ungefähr 10% oder so. Wird im hiesigen Mainstream so als russische NPD verortet. Aber darauf muss man jetzt nichts geben. Aber der Ausschnitt in dem Interview ist interessant. Ja, das war also ein Interview von 2016. Es gab damals offensichtlich schon den Plan, Russen und Deutsche in der Ukraine gegeneinander zu hetzen. Und da, sage ich eben, ist eine Parallele da zu 1941, als es auch gelungen ist, Russland, damals die Sowjetunion, und Deutschland, damals das Deutsche Reich, aufeinander zu hetzen. Obwohl es einen Nicht-Angriffspakt zwischen Hitler und Stalin gegeben hat. Also da scheint mir eine Konstante zu sein, wo es sich wiederholt, wobei für diese Konstante natürlich wichtig ist, man braucht aggressive, verrückte, extremistische Politiker wie damals eben Hitler und Södolf hat auch das Zeug dazu. Also richtig. Wobei ich sagen muss, wenn man jetzt Adolf und Södolf so vergleicht, kann das schon eine persönliche Beleidigung sein. Man fragt sich jetzt nur für wen von beiden. Das lasse ich mal so stehen. Ja. Und vollkommen richtig. Also die Presse, die Medien spielen hier auch wieder ein ganz, ganz verantwortungsloses Spiel, die Systemmedien. Ich gehe sogar noch ein Stück zurück. Du sagtest 1941, das ist natürlich schon richtig. Wenn man es im Ganzen betrachtet, beginnt es schon am Vorabend des Ersten Weltkrieges, als wirklich die Völker in Europa aufeinander gehetzt wurden. Wir wissen ja auch, der Zweite Weltkrieg, wenn man es richtig betrachtet, ist eine Folge des Ersten. Und wer sich das anschaut, wie das damals so lief, wie da gehetzt wurde, gerade auch durch die britische Presse, der sieht ganz klar Parallelen zu heute und fragt sich, was kommt denn jetzt noch danach, wenn das alles wieder so läuft und sich auch die Willigen gefunden haben. Du hast gesagt, wirklich extreme, ich möchte was sagen, hirnverbrannte Politiker, die diesen ganzen Wahnsinn mitmachen. Man kann ja nicht mal sagen, Schwachsinn, es ist Wahnsinn. Wenn man sich die Entwicklung immer wieder anschaut und hier wollen einige auf Biegen und Brechen wahrscheinlich das damalige Ergebnis des Zweiten Weltkrieges nicht anerkennen. Und wir wollen heute noch den Bolschewismus bezwingen. Und wir wissen, glaube ich, beide, wenn man das analysiert, wie es wieder ausgehen wird. Und deswegen müssen wir diese Leute stoppen. Ja, ich wollte nochmal auf den Vergleich Söderl von Adolf eingehen. Das Verrückte an der heutigen Situation ist ja, die Ampel und die CDU, CSU eingeschlossen, sind natürlich, okay, die haben nicht Millionen auf dem Gewissen, wie das Regime damals. Ja, wollen wir schon mal deutlich sagen. Noch nicht. Aber das Verrückte ist, sie formulieren Ziele und formulieren einen Russenhass, der der damaligen Zeit gleicht. Richtig. Wobei sie nicht die Mittel dazu haben, nach Osten zu marschieren. Im Vergleich zur Wehrmacht ist ja die Bundeswehr eine lächerliche Veranstaltung. Das heißt, hier kommt zu der kriminellen Angriffsenergie, kommt noch, wie soll ich es nennen, das völlige Versagen hinzu. Dilettantismus dazu wirklich, richtig. Ja, genau. Und es gibt ja den schönen Ausbruch, noch schlimmer als Verbrechen in der Weltgeschichte sind Fehler. Und das, was die Ampel mit Deutschland veranstaltet, ist ein Fehler hochzielt. Aber jetzt mal davon abgesehen, der springende Punkt ist ja, wer hat eigentlich, wer zwang Hitler, Stalin anzugreifen. Da gibt es einen schönen Buchtitel. Und es deutet wirklich vieles darauf hin, wenn wir jetzt nur beim Zweiten Weltkrieg bleiben, dass es vor allem die britische Politik war, die dann die Amerikaner mit ins Boot genommen hat. Hintergrund war ja, man hat den Deutschen, man hat Hitler sehr viele Zugeständnisse gemacht. Alles erlaubt in der Außenpolitik, die sogenannte Appeasement-Politik, in der Hoffnung, dass diese Appeasement-Politik sozusagen die nazideutsche Aggression nach Osten ablenkt. Und so war der Plan und so wurde ja auch Polen eingesetzt. Man hat die Polen im Sommer 1939 von London und Paris aus bestärkt, überhaupt keine Verhandlungen zu machen mit Deutschland. Da ging es um Danzig, da ging es um den Korridor. Überhaupt keine Verhandlungen und hat Polen suggeriert, wir stehen euch bei, wenn die Wehrmacht kommt. Pustekuchen war natürlich nicht so. Die Wehrmacht hat angegriffen und die Briten und Franzosen und die Westmächte haben sich rausgehalten. Aber Stalin war dann clever und hat dann nicht Angriffspakt gemacht, sodass dann der Stoß nur nach Polen ging und nicht gleich nach Russland. Richtig, also vollkommen richtig analysiert. Und da wurde Polen wirklich vorgeschickt, weil man natürlich auch gewusst hat, dass die Polen sowieso gegenüber Deutschland natürlich rauflustig waren. Das muss man auch dazu sagen. Die waren uns ja nicht sehr wohlgesonnen. Und da hat man den richtigen gepackt und hat Polen wirklich vorgeführt. Und hat gesagt, hier, wir sind zur Stelle, da wird nichts passieren. Und zack war Polen überrannt. Und dann hinterher hat man ja mit einer wirklich fadenscheinigen, mit wenig Nachdruck versehenen Kriegserklärung Deutschland dann zwar formell gesagt, ja, wir treten jetzt ein, wir erklären euch den Krieg, man hat ja erstmal gar nichts gemacht. Man wollte tatsächlich, dass der Konflikt im Osten ausbricht. So wie es heute auch der Fall ist, ganz genau. Man muss sich auch nochmal die Frage anschauen, wer eigentlich Hitler groß gemacht hat. Weil Hitler, okay, am Anfang war das eher eine Witzfigur. Und es gab andere, viel gewichtigere Leute im rechtsnationalen Spektrum. Ich sage mal Ludendorff, der auch ein prominenter General war aus dem Ersten Weltkrieg, der das hätte besser machen können. Aber es gab eben eine gezielte Förderung der Angelsachsen für die Person Hitler und für die NSDAP und nicht für andere Kräfte. Und warum wurde Hitler genommen und nicht Ludendorff? Weil Hitler von Anfang an diese antirussische und pro-britische Position hatte. Und so steht es ja auch in meinem Kampf. Ja, richtig. Also völlig richtig. Und ich glaube auch, die Deutschen, Hitler und die Führung damals, waren eben lange der Meinung, dass sie mit den Briten irgendwie noch auskommen können. Dass es keinen Krieg dort gibt. Und die Briten werden lange vorher gewusst haben, dass das alles Quatsch ist. Die haben schon viel weiter geplant, strategischer geplant. Und denen war klar, wir wollen gar nicht mit Deutschland. Wir wollen vielleicht noch ein bisschen Zeit gewinnen, Zeit schinden. Und wollen das Ganze nach Osten ablenken, wie es ja dann auch zum Schluss gelungen ist. Und ich glaube nie, dass es von der britischen Seite wirklich den ehrlichen Versuch gab, mit Deutschland auszukommen. Die wollten wirklich die Mächte, die ihnen im Wege standen in Europa, und das waren nun mal Deutschland und Russland, aufeinander hetzen. Und alles, was dann kam, wurde wirklich in Kauf genommen. Also wirklich wie Wahnsinnige, mit aber Kalkül. Und ich gehe sogar so weit, mal zu behaupten, dass die Amerikaner, die zwar sehr spät in den Krieg eingetreten waren, wie es im Ersten Weltkrieg auch war, trotzdem von Anfang an schon die Finger mit im Spiel hatten und ihren Schildknappen Großbritannien da auch sehr geleitet und dirigiert haben. Es ist ja auch interessant, wie es dann zum Krieg 1941 kam. Es gab ja den Nicht-Angriffspakt von Sowjets und Deutschen. Und ich glaube, in der deutschen Geheimdienststruktur gab es einfach ein pro-britisches Element um den General Canaris. Ja, Canaris war im Grunde innerhalb der deutschen Aufklärung das pro-britische Element. Und er hat laufend Berichte produziert, dass die Sowjets angreifen wollten. Und so wurde eine Strömung gestützt in der Militärführung und natürlich vor allem auf dem Obersalzberg bei Hitler, dass man dachte, die Russen greifen an und jetzt sollen wir angreifen. Hat aber gar nicht gestimmt. Das war eine britische Suggestion, um beide gegeneinander zu hetzen. Also ich gehe auch davon aus, das wird ja heute immer bestritten, aber ich gehe auch davon aus, dass man zumindest der Meinung war in der Heeresleitung in Deutschland und in der Heeresführung, dass die Sowjets selber auch rüsten. Und wenn man jetzt nicht zuvorkommend einen Präventivschlag macht, es für Deutschland schlecht aussehen könnte, ob das jetzt, wie du sagst, nämlich nur suggeriert war oder der Wahrheit in Sprache ist mal dahingestellt. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass das Teil des Programmes, des Planes der Briten auch war, die Deutschen genau dorthin zu leiten. Auch unter der Voraussetzung, dass sie ja gerade selber in den Würgegriff geraten waren. Die Deutschen haben ja lange versucht, mit den Briten auszukommen. Die haben nicht mit sich reden lassen, haben dann Frankreich unterstützt, waren auf dem Kontinent, wo sie gar nichts zu suchen haben hier, wurden dann vertrieben. Die Deutschen haben in Dünnkirchen sogar nochmal angehalten, haben sie abziehen lassen. Es gab trotzdem kein Einlenken und die Deutschen waren dabei, überzusetzen und die Insel kurz und klein zu schlagen. Der Clou ist ja auch, die wichtigsten Generäle haben ja zu Hitler gesagt, wir können keinen Zwei-Fronten-Krieg machen. Und im Grunde hat Hitler das selber auch in Mein Kampf geschrieben, Zwei-Fronten-Krieg geht nicht. Trotzdem, im entscheidenden Moment, hat diese kluge Stellungnahme der Generäle keine Rolle gespielt. Hitler hat es durchgezogen und was dabei rausgekommen ist, was weiß ich, 25 Millionen tote Russen und 14 Millionen tote Deutsche. Okay, und hinterher kommt dann Churchill und sagt, wir haben das falsche Schwein geschlachtet und hat den nächsten Weltkrieg gegen die Sowjets anzetteln wollen. Ganz genau, also man muss sich einfach fragen, wie du es richtig sagst. Man hat aus dem Ersten Weltkrieg in Deutschland gelernt, Hitler genauso wie viele Generäle. Man hat gewusst, der Zweier-Fronten-Krieg, den darf es nicht nochmal geben. Den hat man ja mit viel Klugheit und Raffinesse im Ersten Weltkrieg dann verhindert, zum Ende des Ersten Weltkrieges, in dem man die Russen wirklich ausgeschaltet hat, politisch und nicht militärisch, ab 1917 und man hat gewusst, das darf es nicht nochmal geben. Und wenn dann, während man gerade dabei ist, in Großbritannien wirklich zuzugreifen und dort den Wirkegriff anzusetzen, alles ablässt und mit einmal Richtung Osten schwenkt, dann muss es also Informationen gegeben haben, vermeintliche, die das hervorgerufen haben, gegen alle Vernunft, dort diesen Krieg aufzumachen. Und das kann sehr wahrscheinlich natürlich genau der Plan der Engländer gewesen sein. Ich glaube halt einfach, die Angelsachsen, also zunächst die Briten und jetzt kommen die USA dazu, der historische Gegner, der Erbfeind sind die Russen, egal ob da ein Zar regiert oder ein Stalin regiert oder ein Gorbatschow oder ein Putin, spielt gar keine Rolle. Der Gegner ist immer Russland. Warum? Die sagen natürlich Menschenrechte, aber es geht um Schürfrechte, weil einfach Russland sehr, sehr rohstoffreich ist, gerade in Sibirien und auch sehr fruchtbare Erden hat, gerade in der Ukraine oder in den Schwarzmeergebieten. Und deswegen will dieses hochkapitalistische Imperium immer den Osten aufteilen. Ja, eine alte Geschichte. André, wir können es nicht ausdiskutieren, wir können noch eine Stunde ausdiskutieren. Können wir da machen, ganz genau. Liebe Zuschauer, ja, wir wollen nicht nur diskutieren, wir müssen was tun. Wir haben eine verrückte Bande in der Regierung und in der Bundeswehr, die insgeheim schon den Angriff auf Moskau durchplanen, technisch, militärisch durchplanen. Das ist Vorbereitung eines Angriffskrieges. Dagegen habe ich Anzeige beim Generalbundesanwalt gestellt, gegen Minister Pistorius und seine Generäle. Sie können diese Anzeige, Strafanzeige unterstützen, durch Unterschrift unter eine entsprechende Petition, auf unserer Petitionsseite friedenmitrussland.de. 7.000 Leute haben schon unterschrieben. Bitte tragen Sie das weiter. Wir wollen zeigen, es gibt Deutsche, die sich gegen diesen Wahnsinn stemmen. Und wir haben eine Demonstration, eine Kundgebung anberaumt. Am 30. März in Felten, einer kleinen Stadt nordwestlich von Berlin, 30. März, Ostersamstag, der Ostern, traditionell ein Friedensanlass, sind wir um 17 Uhr dort am Bahnhof in Felten. Ich hoffe, es kommen viele von Ihnen. Unterstützen Sie kompakt. Wir sind die Stimme des Friedens und der Vernunft. Wenn alle anderen mit den Wülfen heulen, tun wir das nicht. Die Aktivitäten kosten viel Geld. Seien Sie so lieb, unterstützen Sie uns mit einer Spende. Hier unten sind die Daten. Kommentieren Sie mit, liken Sie dieses Videoangebot, diesen Kanal und empfehlen Sie uns weiter. Denn Deutschland muss aufstehen gegen diese Regierung. Richtig. Ich freue mich auch sehr darüber, dass dieser Tage Menschen auf die Straßen gehen, um unsere Demokratie auch aktiv zu verteidigen. Und das ist wieder ein Mitglied. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich hoffe, ich nehme dich, wenn sie dich nicht w TP. Untertitelung des ZDF, 2020